Die Gattung Dinosaurier wurde ursprünglich 1842 von Sir Richard Owen von der Königlichen Gesellschaft und Leiter der Abteilung des Britischen Naturgeschichtsmuseums festgelegt. In anderen Worten, die Existenz von Dinosauriern wurde erstmals theoretisch von einem zum Ritter geschlagenen Museumsleiter aufgestellt, zufällig in der Mitte des 19. Jahrhunderts, während der Hochzeit des Evolutionismus, noch bevor ein einziges Dinosaurierfossil je gefunden wurde. Die von Freimaurern kontrollierten Massenmedien gingen ans Werk, Geschichten von diesen angeblich längst verloren gegangenen Tieren aufzubauschen und siehe da, zwölf Jahre später, im Jahr 1854, fand Ferdinand Wendiver Haydn während seiner Erkundung des oberen Missouri-Stromes Beweise für Owens Theorie. Er schickte ein paar unidentifizierte Zähne zum führenden Paläontologen Joseph Leidy, der sie einige Jahre später zu einem vorzeitlichen ausgestorbenen Trachodonsaurier zählte, was jenseits der Ironie bedeutet rauer Zahn. Zuerst sollte es eigentlich überflüssig sein, zu erwähnen, dass es unmöglich ist, ein ganzes angebliches Tier aufgrund einiger Zähne zu rekonstruieren. Aber noch wichtiger, es ist zweifelhaft, dass eine Vielzahl von für die blühende Evolutionstheorie notwendigen Reptil-Vogel- und Reptil-Säugetier-Übergangsformen erst angenommen und dann praktischerweise von Gruppen von evolutionistischen Archäologen gefunden würden, die zu dem Zwecke ausgeschwärmt waren, um diese Fossilien zu finden. Und es ist sogar noch zweifelhafter, dass es solche angeblichen Fossilien vor Millionen Jahren gab, aber nie irgendeiner Zivilisation in der Menschheitsgeschichte bis zur freimaurerischen Renaissance des Evolutionismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt war oder von ihr gefunden wurde. Zitat David Wozni, Dinosaurier, Wissenschaft oder Fantasie? Warum gab es keine Entdeckung von amerikanischen Ureinwohnern in all den vorherigen Jahren, als sie die amerikanischen Kontinente durchstreiften? Es gibt keinen Glauben an Dinosaurier in der Religion oder Tradition der Ureinwohner. Und diesbezüglich gab es keine Entdeckungen in irgendeinem Teil der Welt vor dem 19. Jahrhundert? Laut der Weltenenzyklopädie, Zitat, wusste vor dem 19. Jahrhundert niemand, dass Dinosaurier existieren. Zitat Ende. Und während des späten 19. Jahrhunderts und dem frühen 20. Jahrhunderts wurden große Bestände von Dinosauriergebeinen entdeckt. Warum hat man plötzlich all diese Entdeckungen gemacht? Keine Stämme, Kulturen oder Länder der Welt haben vor der Mitte des 19. Jahrhunderts je einen Dinosaurierknochen entdeckt. Und dann fand man sie unvermittelt in aller Welt. In Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika, Argentinien, Belgien, Mongolei, Tansania, Deutschland und vielen anderen Orten. Sie hatten anscheinend große Lagerstätten von Dinosaurierfossilen, die nie zuvor gesehen wurden. All diese Städten waren vor dieser Zeit seit tausenden Jahren bewohnt und gut erforscht. Also warum hat nie jemand vorher ein Dinosaurierfossil gefunden? Laut dem Buch Das Dinosaurierprojekt behauptet der paleontologische Journalist Wayne Grady, dass von 1870 bis 1880, Zitat, in Nordamerika eine der hinterhältigsten Streiche der Geschichte der Wissenschaft gespielt wurden, Zitat Ende. In dem, was als großer Dinosaurierrausch und Krieg der Knochen bekannt wurde, fingen Edward Drinker-Cope von der Akademie der Naturwissenschaften und Othniel Marsh vom Peabody Museum der Naturgeschichte eine lebenslange Gegnerschaft und Leidenschaft für die Dinosaurierjagd an. Sie begannen als Freunde, aber wurden erbitterte Feinde während eines legendären Streites mit gegenseitigem Aufs-Kreuz-Legen, Verleumdung, Bestechung, Spionage und der Zerstörung von Knochen von beiden Parteien. Marsh wird die Entdeckung von über 500 verschiedenen urzeitlichen Arten nachgesagt, davon 80 Dinosauriern, während Coop 56 entdeckte. Von den 136 Dinosaurierarten, die die beiden Männer angeblich entdeckten, werden jedoch heute nur 32 als gültig betrachtet. Der Rest hat sich als Fälschung und Erfindung herausgestellt. Keiner von ihnen behauptete je, ein ganzes Skelett gefunden zu haben und so bestand ihre ganze Arbeit aus Rekonstruktionen. Tatsächlich wurde bis zum heutigen Tag kein komplettes Skelett gefunden und dementsprechend sind alle Dinosaurier Rekonstruktionen. Nochmal Zitat David Worsnay Entdeckungen und Ausgrabungen scheinen nicht von desinteressierten Leuten gemacht zu werden, wie zum Beispiel Bauern, Viehtreibern, Wanderern, Campern, Bauarbeitern beim Keller ausheben, Pipeline verlegen oder Grubenarbeitern, sondern eher von Leuten mit eigennützigem Interesse, so wie Paläontologen, Wissenschaftlern und Mitarbeitern der Museumsverwaltung, die absichtlich nach Dinosaurierknochen Ausschau hielten oder vorher Dinosaurier studierten. Die Funde werden oft während besonderen Dinosaurierknochen Jagdausflügen und Expletionen von diesen Leuten in abgelegene, längst bewohnte und erfasste Gebiete gemacht. Dies scheint höchst unerklärlich. Glaubhafter ist der Fall vom Fund der ersten echten Papyrusrolle vom Toten Meer im Jahre 1947, welche unbeabsichtigt von einem Kind entdeckt und die 1955 veröffentlicht wurde. In einigen Fällen von Entdeckung von Dinosaurierknochen von einer neutralen Person wurde dieser auf dem Gelände von einem Profi vorgeschlagen, in einem bestimmten Gebiet zu schauen oder zu graben. Ebenfalls ist es interessant festzuhalten, dass Gegenden abgesteckt und als Dinosaurierparks ausgewiesen sind, für welche Amateur-Dinosaurierforscher angewiesen sind, sich zuerst eine Dinosaurier-Suchlizenz zu erwerben. Welche Zielgebiete sich die vom System finanzierten Archäologen und Paläontologen auch immer zurechtlegen, es scheint, sie fanden eine unglaubliche Anzahl von Fossilien in winzigen Gebieten. In einer der größten, Ruth Mason Steinbruch genannten Dinosaurier-Ausgrabungsstätten wurden angeblich über 2000 Fossilien gefunden. Gipskopien und Originalskelette, die von den Knochen zusammengestellt wurden, werden momentan in über 60 Museen weltweit ausgestellt. Der Leiter der Paläontologie am Museum in La Plata, Florentino Amegino, ist erstaunlicherweise für 6000 Fossilien verantwortlich, die angeblich in seiner Karriere in ganz Argentinien entdeckt wurden. Dinosaurierjäger Earl Douglas sandte in seiner Karriere 350 Tonnen ausgegrabener Dinosaurierknochen an das Carnegie Museum der Naturgeschichte, alle von der Dinosaurier-Nationaldenkmal in Uta kommend. Während einer Expedition nach Patagonien entdeckten angeblich Dr. Louis Chiappe und Dr. Lowell Dingus tausende Dinosaurier-Eier an einer Stelle von nur einigen hundert Quadratmetern. Viele Experten haben geäußert, wie solche Funde von riesigen Mengen und Fossilien in einem Gebiet von nur wenigen höchst interessierten Personen gegen alle Gesetze der Wahrscheinlichkeit verstößt und der Annahme von Fälschung und absichtlichem Auslegen Glaubwürdigkeit verleiht. Nochmal Zitat David Wozni. Dinosaurier-Knochen verkaufen sich für viel Geld bei Versteigerungen. Es ist ein profitables Geschäft. Es gibt Druck auf Akademiker, Artikel zu veröffentlichen. Es ist das Geschäft der Museen, Stücke auszustellen, die beliebt und ansprechend sind. Filmproduzenten und die Medien brauchen neues Material, um im Geschäft zu bleiben. Die Mainstream-Medien lieben es, angebliche Saurier-Funde aufzubauschen. Viel kann man durch die Umwandlung eines entdeckten banalen Nicht-Dinosauriers, eines Knochen von modernen Ursprung, zu einem eindrucksvollen Dinosaurier-Fund gewinnen und den Interpretationen und Vorstellungen der künstlerfreien Lauf lassen, anstatt des wirklichen langweiligen Fundes. Es gibt Leute, die Ansehen, Ruhm und Aufmerksamkeit wünschen und verlangen. Es gibt den Trittbrett-Fahrer-Effekt und die Gruppendynamik. Und dann gibt es Menschen und Organisationen, die politische und religiöse Programme anstreben. Hohe finanzielle und wirtschaftliche Vorteile und Belohnungen für Museen, Erziehungs- und Forschungsorganisationen, Paläontologien der Universitäten, Entdecker und Besitzer von Dinosaurier-Knochen und die Literatur, TV, Film und Medienindustrie mögen genügend Motivation verursachen, offenes Anzweifeln lächerlich zu machen und ehrliche Untersuchungen zu unterdrücken. Zitat Ende. Die Tatsache, dass T-Rex-Knochen auf Auktionen für mehr als 12 Millionen Dollar verkauft wurden, zeigt, wie lukrativ das Betätigungsfeld der Dinosaurierjagd sein kann und es sind zufälligerweise Museumsangestellte, die glücklicherweise die schillerndsten Funde machen. Der erste Dinosaurier, der je öffentlich ausgestellt wurde, war der Hadrosaurus forulkii an der Edward Drinker-Copes-Akademie der Naturwissenschaften in Philadelphia. Die Knochen wurden von Joseph Leidy, Copes angesehenem Professor, mitentdeckt, der Mann, der für den Trachodon-Zahnsaurus verantwortlich war. Die ursprüngliche Hadrosaurus-Rekonstruktion, welche immer noch ausgestellt ist, zeigt einen riesigen Gipsabdruck eines zweifüßigen, aufrecht stehenden Reptils, welches seinen Schwanz als drittes Bein benutzt. Was jedoch wenige Leute wissen, ist, dass kein Schädel je entdeckt wurde, keine richtigen Knochen in die öffentliche Ausstellung genommen wurden. Nochmal Zitat David Bosnay Ein Visagist und ein Bildhauer wurden unverzüglich angestellt, um einen Schädel zu entwerfen und von den Zeichnungen eines anderen Künstlers, der den Iguanadon, Leguan-Zahn, bebilderte, zeichneten die beiden Künstler dasselbe Gesicht für den Hadrosaurus forulkii. Die beteiligten Leute konnten nun die Existenz dieses Dinosauriers verteidigen, wenn jemand fragen sollte. Der Streich klappte so gut und nahte die Öffentlichkeit so gründlich, dass sie später den Kopf der Kreatur wechseln konnten, ohne dass es irgendjemand bemerkte. Bis zu diesem Tag ist der Hadrosaurus forulkii in der Ausstellung der Akademie der Naturwissenschaften in Philadelphia. Die Knochen sind angeblich hinter schweren Türen verschlossen, aber statt ihnen ist eine Gipskopie ausgestellt. So erfahren wir von einem Schädel eines Leguans, der in der Ausstellung einen Dinosaurierschädel ersetzte. Wurden die Besucher damals aufgeklärt? Was wird uns heute verschwiegen? Zitat Ende Was uns nicht erzählt wird, ist, dass dies die Regel ist und nicht die Ausnahme. Bis jetzt wurde nicht ein komplettes Skelett eines Dinosauriers je gefunden. All die Museumsstücke, Modelle, Puppen, Zeichentrick und Filme von prähistorischen Monstern, die du gesehen hast, sind alle fantasievolle Rekonstruktionen, die aufgrund eines unvollständigen Skelettes in einer Weise angeordnet wurden, die Paläontologen als realistischer erschienen. Vielmehr sind die in Museen ausgestellten Skelette bestätigte komplizierte Erzeugnisse aus Gips, Fiberglas, verschiedenen Kunststoffen und anderen Tierknochen und nicht-originale Fossilien. Wenn Dinosaurierknochen transportiert und präpariert werden, benutzen sie in Gips getauchte Jutestreifen, um die Fossilien zu ummanteln. Nach Anbringung eines Trenntuches, um den direkten Kontakt des Gipses mit dem Knochen zu verhindern, werden die vollgesogenen Jutestreifen aufgelegt, bis sie völlig in einer schützenden, mumienartigen Schicht umhüllt sind, bereit für den Transport. In einem Artikel, genannt »Der Weg eines Fossils von der Ausgrabung zur Ausstellung«, bemerkt ein Insider, Zitat, »Durch Formenbau und Abgüsse können wir Gliedmaße, Rippen, Wirbelsäule usw. für die fehlenden Stücke eines Skeletts herstellen. Gips, Fiberglas und Kunststoffe werden häufig und allgemein benutzt. Bei Rekonstruktionsarbeit an einzelnen Knochen können kleine bis große Risse mit Pappmaché oder mit Dextrin, also Stärkegummi, gemischten Gips aufgefüllt werden, das eine klebende Eigenschaft und eine besondere Härte gegenüber gewöhnlichen Gipsformen besitzt. Wir hatten auch Erfolg mit Kunststoffspachtelmasse. Große fehlende Stücke können mit diesen Materialien direkt vor Ort hergestellt werden.« Mit anderen Worten, Museumsangestellte arbeiten die ganze Zeit mit Gips und anderen Materialien, um Skelette und fehlende und unvollständige Knochen zu transportieren und herzustellen. Tatsächlich sind die riesigen Dinosaurierknochen Ausstellungsstücke, die man in Museen weltweit finden kann, eingestandene, sorgfältig präparierte Fälschungen. Kein unabhängiger Forscher hat je einen echten Dinosaurierknochen untersucht. Sie behaupten, all die tatsächlichen Fossilien werden in Hochsicherheitslagerräumen aufbewahrt, aber nur wenigen ausgewählten Paläontologen wurde je erlaubt, sie zu untersuchen. Also ist die Möglichkeit, ihre Echtheit zu bestätigen, der allgemeinen Öffentlichkeit vorenthalten. Zitat Robin Coe Föth, Dinosaurier gab es nie. Die meisten Menschen denken, die ausgestellten Skelette der Dinosaurier in Museen bestünden aus echten Knochen. Dies ist nicht der Fall. Die richtigen Knochen sind hinter dicken Kellermauern verschlossen, zu denen nur wenige erlesene hochgestellte Forscher einen Schlüssel haben, was bedeutet, dass kein unabhängiger Forscher je einen Tyrannosaurus-Rex-Knochen in Händen hielt. Wenn Leute unabhängig von paläontologischen Kreisen Zutritt verlangen, um diese Dinosaurierknochen zu studieren, erfahren sie Absage auf Absage. Nur rund 2100 Knochensätze von Dinosauriern wurden weltweit entdeckt und von diesen wurden nur 15 unvollständige T-Rex-Sätze gefunden. Diese Dinosaurierknochensätze haben nie ein komplettes Skelett gebildet, aber von diesen unvollständigen Knochensätzen haben Paläontologen eine Theorie über die Erscheinung eines ganzen Skelettes konstruiert, welches sie in Kunststoff modellierten. Wenn tausende solcher langhälse- und fleischfressenden Reptilien wirklich über die Erde streiften, würden wir nicht nur 2100 Dinosaurierknochensätze finden, sondern Millionen von Knochen und normale Leute, die beim Umgraben ihres Gemüsegartens über sie stolpern. Zitat Ende. Nochmal David Bosne zitierend. Wenn Kinder in ein Dinosauriermuseum gehen, sind die Ausstellungsstücke, die sie sehen, wissenschaftlich oder Kunstwerke und Science Fiction? Werden wir von klein auf getäuscht und Gehirn gewaschen, um an den Dinosauriermythos zu glauben? Tief nachforschende Fragen müssen dem Dinosauriergeschäft gestellt werden. Da scheint es eine andauernde Bemühung seit den ersten Entdeckungen von Dinosauriern gegeben zu haben, Knochen verschiedener Tiere zu platzieren, vermischen und zuzuordnen. So wie Krokodile, Alligatoren, Leguane, Giraffen, Elefanten, Rinder, Kängurus, Sträuße, Emus, Delfine, Wale, Flusspferde und so weiter, um ein neues vom Mensch gemachtes Konzept eines vorzeitlichen Tieres namens Dinosaurier zu konstruieren und zu schaffen. Wo Knochen existierender Tiere sich nicht als Täuschungsobjekte eignen, werden halt Gipsabdrücke hergestellt und verwendet. Manche Materialien, ähnlich oder besser als formbare Lehm oder Gipsmörtel, sollte angemessen sein. Gussformen mag man ebenso anwenden. Was wäre die Motivation für solch ein betrügerisches Unterfangen? Offensichtliche Motivationen schließen den Versuch, die Evolution zu beweisen, den Versuch, die christliche Bibel und die Existenz eines christlichen Gottes zu widerlegen oder Zweifel an ihm zu streuen und den Versuch, die Theorie der jungen Erde zu widerlegen, mit ein. Das Dinosaurier-Konzept unterstellt, dass, wenn es Gott gibt, er mit der Idee des Dinosauriers eine Weile bastelte, er sie wahrscheinlich verwarf oder gelangweilt von seiner Schöpfung war und dann mit der Schöpfung des Menschen weitermachte. Der vorgestellte historische Zeitstrahl der Dinosaurier unterstellt einen unvollkommenen Gott, der die Idee des Menschen als ein Anhängsel erfand und dadurch die biblische Idee, dass Gott die Menschen nach seinem Ebenbild schuf, degradiert. Gebe Dinosaurierschädel in eine Suchmaschine ein und du wirst eine Vielzahl von Repliken, maßgeschneiderten Dinosauriern und Museumsqualitätsskelette finden. Einer der größten und bekanntesten Lieferanten von unechten Dinosauriern ist die Qigong Dino Ocean Kunstgesellschaft in Sichuan, China, die Naturkundemuseen weltweit mit ultrarealistischen Dinosaurierskeletten versorgt, die aus richtigen Knochen angefertigt werden. Hühner, Frösche, Hunde, Katzen, Pferde und Schweineknochen werden zermahlen, mit Leim, Harz und Gips vermischt und dann als Grundmaterial für den Wiederabguss als Dinosaurierknochen verwendet. Ihnen werden sogar absichtliche Risse und ein veralterter, versteinerter Look verpasst, um den richtigen Effekt zu erzielen. Ihre Netzseite prahlt, Zitat, Über 62% unseres Absatzes gehen auf amerikanische und europäische Märkte, was bedeutet, dass wir mit den Feinheiten und Regelungen des Exports in diese Gebiete bekannt sind und sie verstehen. Da wir Partner von Dinosauriermuseen sind, stellen wir alle Produkte unter der Aufsicht von Experten der Chinesischen Akademie der Wissenschaften her. Wir haben uns ein globales Verkaufsnetz erworben, das die USA, Brasilien, Frankreich, Polen, Russland, Deutschland, Saudi-Arabien, Südkorea, Thailand, Indonesien umfasst und in Peru, Argentinien, Vancouver, Cincinnati, Chicago und anderen Orten ausgestellt. Zitat Ende. Zitat von Alan Feduchia, Paläontologie-Professor an der Universität von North Carolina. Ich habe mitbekommen, es gibt eine Schwindelfossilfabrik in Nordostchina, in der Liaoning-Provinz, nahe der Lagerstätten, bei denen kürzlich viele von diesen angeblichen Federsauriern gefunden wurden. Zitat Ende. Und ein Zitat nochmal David Vosnay. Die Möglichkeit besteht, dass wesentliche Dinosaurierknochen, die ausgestellt werden, durch Modellierung und Anritzen künstlich verändert wurden. Knochenmodellierung ist keine unbekannte menschliche Arbeit. Viele Kulturen übten sich in der Gestaltung von handgefertigten Objekten aus richtigen Knochen, die völlig anders als die ursprüngliche Gestalt aussahen. Ist die Dinosaurierindustrie ein Kunde von dieser Art von Geschäft? Ist es möglich, dass Dinosaurierskelett-Repliken heimlich in Privatgebäuden jenseits der Öffentlichkeit aus künstlich aufgebauten oder aus einer Anzahl von verschiedenen Haustieren benutzten Knochen montiert und hergestellt werden? Warum überhaupt mit authentischen Originalfossilien herumplagen, wenn doch angebliche Repliken das Publikum befriedigen? Zitat Ende. Ein weiteres Problem mit Dinosauriern ist ihr unnatürlicher Bewegungsapparat. Viele Dinosaurierskelette und Rekonstruktionen zeigen zweifüßige Monster wie den T-Rex mit einem vornübergelehnten Oberkörper und Kopf, die viel größer sind als der Schwanz, als Gegengewicht. Viele Museumsstücke können nicht mal unter ihrem eigenen Gewicht aufrecht stehen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass wilde Tiere solcher Größe und Unverhältnismäßigkeit überhaupt existieren konnten. Die auf ihr Knochengerüst wirkenden Lasten sind so groß, dass Berechnungen darauf hindeuten, dass sich die Knochen der größten Dinosaurier unter ihrem immensen Gewicht verbiegen und brechen würden. Experten betonen ebenfalls, dass die Dinosaurier sich wesentlich langsamer bewegt haben müssen, als in den Filmen gezeigt wird, um plötzlichen Erschütterungen ihres Knochengerüstes vorzubeugen. Wieder David Wozny zitierend. Die Vorstellung der sich langsam bewegenden Tiere stimmt nicht mit der biometrischen Analyse der Dinosaurier überein, welche besagt, dass die Dinosaurier bewegliche, aktive Geschöpfe waren. Dies ist das Paradoxe zwischen der Größe und der Lebensweise der Dinosaurier. Viele Ausstellungsstücke und Zeichnungen von Dinosauriern scheinen ein Wahnwitz zu sein. Zeigen sie doch ein zweibeiniges Tier, das mit dem viel höheren Gewicht von Kopf und Unterleib als jenes des Schwanzes, welcher eigentlich als Gegengewicht dienen soll, völlig aus dem Gleichgewicht sein würde. Ist die Dinosaurierindustrie ein Fall von Wissenschaft, die versucht, den Wünschen und Erwartungen der Öffentlichkeit entgegenzukommen? Der Film Jurassic Park, ein Beispiel der Darstellung von Dinosauriern, die viel größer sind als irgendwelche aktuellen Ausstellungsstücke in Museen. Nachdem der Film in den Kinos war, ist es interessant festzustellen, dass in vielen geschriebenen Artikeln gefragt wurde, ist das möglich? Ich kann mich an einen Bericht über die Entdeckung von in Bernstein enthaltener DNS von Dinosauriern erinnern, der sich später als falsch herausstellte. Zitat Robin Köföth Überall wurden etliche Millionen Dollar ausgegeben, um die Existenz von Dinosauriern durch Filme, TV, Zeitschriften und Zeichentrick zu fördern. Die Filmwelt und die Paläontologie sind wie siamesische Zwillinge. Das Wissen der Menschen über die Existenz von Dinosauriern gründet nicht auf festen Beweisen, sondern auf von Hollywood festgelegten künstlerischen Eindrücken. Dokumentationen beschreiben ausführlich die Merkmale jedes Dinosauriers wie Farbe, Gewicht und Muskelmasse. Aber der Berater von Jurassic Park, Don Lessam, gibt zu, dass dies reine Mutmaßung ist. Nehmen wir mal die Frage, wie viel diese Dinosaurier wiegen. Don Lessam sagt, Wissenschaftler wissen nicht, wie viel Dinosaurier wiegen. Dinosaurier stellt man in der Öffentlichkeit mit ausführlichen künstlerischen Rekonstruktionen, Zeichnungen, Modellen, Puppen, riesigen Skeletten in Museen, Comics und Filmen vor, die diese wilden Tiere in klaren Einzelheiten zeigen, aber in Wahrheit sind von der Zuordnung und Gliederung der Knochen in jeweilige Arten bis zur Unmöglichkeit, weiches Gewebe, Haut, Augen, Nasen, Farbe, Behaarung, Beschaffenheit usw. zu unterscheiden, genau wie die vielen angeblichen Affenmenschenarten, alle Dinosaurier-Rekonstruktionen, hundertprozentige Fantasieerzeugnisse, geschaffen von eingesetzten und erfindungsreichen Evolutionisten. Sie stellen den Kindern in den Medien absichtlich Dinosaurier vor, um deren junge Vorstellungskraft in die Richtung ihrer Machenschaften anzuregen und zu beeinflussen. Trickfilme wie Ice Age und In einem Land vor unserer Zeit, Filme wie Jurassic Park und die Insel der Riesendinosaurier, Malbücher, Puppen, Plastikspielzeug, Grundschullehrbücher und riesigen Ausstellungsstücken in Kindermuseums haben sicherlich eine Wirkung auf die sich entwickelnden jungen Geister. Die Zeitschrift National Geographic und die Ice Age-Filme wurden von der freimaurerischen Robert Murdochs New Corp und den 20th Century Fox hergestellt. Die freimaurerische Produktionsfirma Universal Studios schuf Jurassic Park und in einem Land vor unserer Zeit. Sie sind in Besitz von Comcast, deren Hauptaktionäre die Freimaurer J.P. Morgan und die Rothschilds sind. Discovery Channel zeigt viele Dinosaurier-Dokus und ist ebenfalls von NM Rothschild & Sons Limited finanziell abhängig. Der frühere Paläontologie-Student Michael Forssell behauptete in einem Radiointerview mit dem früheren Paläontologen Jack Horner, dass er Zitat ein völliger Schwindler war, Beweise erfand und den Mythos der Dinosaurier aufrecht erhielt. Zitat Ende. Er fuhr fort Zitat Ich begann meine Laufbahn auf dem Gebiet der Paläontologie nur um meine Studien aufzugeben, nachdem ich erst mal verstand, dass das Ganze ein Schwindel war. Es ist Unsinn, die meisten der sogenannten Skelette in Museen sind in Wirklichkeit Gipsabdrücke. Die machen es nun sogar ganz offen in Dokumentationen, die Knochen enthalten, meine Güte, ich hatte als Student Schwierigkeiten hauptsächlich, weil ich nicht den Unterschied zwischen einem versteinerten Ei und einem Stein nennen konnte und natürlich gibt es keinen Unterschied. Ich wurde wie ein Aussätziger behandelt, als ich mich weigerte, ihrer Propaganda zu folgen und ich verließ rasch den Kurs. Dinosaurier gab es nie, der ganze Kram ist eine Freakshow, sie schnappten sich nur einen Haufen alter Knochen und bauen sie zu ihrer neuesten Frankenstein-Monster- Ausstellung aus. Wenn Dinosaurier existierten, wären sie in der Bibel erwähnt. Wir werden alle für dumm verkauft und es ist falsch, aber gemeinsam können wir es aufhalten. Zitat Ende. Viele behaupten, dass seitdem Dinosaurierfossilien radiometrisch auf ein Alter von zig Millionen von Jahren datiert wurden, dass ihre Echtheit damit bewiesen ist. Tatsächlich ist die Methode zur Bestimmung des Alters der Fossilien nicht die Datierung der eigentlichen Fossilien, sondern der Steine, bei denen man sie fand. Die meisten Fossilien werden nahe der Oberfläche der Erde gefunden und wenn ein aktuelles Tier in der Gegend stirbt, würden Paläontologen es wohl auf dasselbe Alter schätzen. Dr. Margaret Helder schreibt in ihrem Buch »Das Bild vervollständigen, ein Handbuch für Museen und Deutungsmuster hinsichtlich der Fossilien«, das »Wissenschaftler waren mal sehr beeindruckt von der Leistung der Radiometrie mit vollkommen verlässlichem Alter von irgendwelchen Steinen aufzuwarten. Das geht ihnen mittlerweile nicht mehr so. Konfrontiert mit zahlreichen berechneten Daten, die zu jung oder zu alt verglichen mit dem, was sie erwarteten, waren, mussten Wissenschaftler nun zugeben, dass der Vorgang sehr viel mehr Ungewissheiten hat, als sie in den frühen Jahren je vermutet hätten. Die Öffentlichkeit weiß fast nichts über die Unklarheiten bei der Altersbestimmung von Steinen. Den Eindruck, den die meisten Menschen erhalten haben, ist, dass viele Steine der Erde äußerst alt sind und dass es eine Technologie gibt, um genaue Messungen des Alters vorzunehmen. Wissenschaftlern wird jedoch mehr und mehr klar, dass die Messungen, welche die Geräte machen, uns nichts über das wirkliche Alter des Steins erzählen. Zitat Ende. Einer der Hauptgründe, warum Evolutionisten die Existenz von Dinosauriern brauchten, war die Antwort auf die komplizierten Probleme, die die Evolutionstheorie mit sich brachte, wie Entwicklung von Meerestieren zu landbewohnenden Tieren, Reptilien, die Flügel und Federn entwickeln, fliegen und zu Vögeln werden, andere Reptilien, die sich zu Warmblütern entwickeln, Lebendgeburten, Brüste und zu Säugetieren werden. Durch ihren theoretischen viele Millionen Jahre Zeitstrahl und eine Vielzahl von angeblichen Übergangsdinosaurierformen hat die etablierte Paläontologie verschiedene Meeressaurier, Reptilvogel und Reptil-Säugetierarten gefördert, um diese Lücken zu überbrücken. Viele auf diesem Feld Tätige und Experten haben jedoch jedes Mal diese Funde angezweifelt, wenn sie vorgestellt wurden. Dr. Storrs Ohlson, ein Wissenschaftler am Smithsonian-Institut, schrieb, Zitat, Die Vorstellung von gefiederten Dinosauriern und die Theropode-Herkunft der Vögel Theropod bedeutet zweibeinige Dinosaurierart wird lebhaft von einem kreiseifriger Wissenschaftler im Zusammenspiel mit bestimmten Schriftleitern von Natur- und Geologiezeitschriften, welche selbst ausgesprochen und höchst voreingenommene Missionare des Glaubens sind, verkündet. Wahrheit und die sorgfältige wissenschaftliche Abwägung der Beweise zählten zu den ersten Opfern ihres Programms, welches nun schnell zu einem der größten wissenschaftlichen Schwindel unserer Zeit geworden ist. Zitat Ende. Keine authentischen Federn wurden je an einem Dinosaurierfossil gefunden, obwohl ein paar ausgestellte Zerrbilder sicher versuchten, es so aussehen zu lassen. Dr. Ohlson nannte die Hinzufügung von Federn zu ihren Funden Aufbauschen, Wunschdenken, Propaganda, sinnlose Fantasie und einen Schwindel. In den 1990er Jahren wurden viele Fossilien mit Federn angeblich in China entdeckt, verdächtig nah an der Ziegong Dino Ocean Art Company. Aber als man sie untersuchte, fand Dr. Timothy Rowe heraus, dass die sogenannten Konfuziosornis ein raffinierter Schwindel waren. Er fand auch heraus, dass der in den 90er Jahren entdeckte angebliche Archeoraptor aus Knochen von fünf verschiedenen Tieren zusammengefügt wurde. Als Dr. Rowe seine Ergebnisse dem leitenden Wissenschaftler bei der Zeitschrift National Geographic vorstellte, sagte dieser angeblich, Zitat, Naja, an all denen wurde ja herumgefummelt. Zitat Ende. National Geographic machte dann weiter mit ihren Tagesberichten und Mediengeschichten über die Echtheit der Archeoraptor Fossilien und darüber, das fehlende Glied bei der Evolution gefunden zu haben. Nochmal Zitat Robin Coeföth 1999 wurde das National Geographic Magazin dabei ertappt, wie es in einem ausführlichen und fantasievollen Artikel das fehlende Glied vorstellte. Einen Archeoraptorsaurier, der dazu bestimmt war, den Grundsatz der Evolutionstheorie, dass sich die Dinosaurier über Millionen von Jahren entwickelten, untermauern sollte. Ihr Beweis bestand aus einem Fossil, bei dem sorgfältig angebrachte Knochenabdrücke den Eindruck einer Kreatur halb Dinosaurier halb Vogel machen sollten. Der Betrug wurde während einer Computertomographie Auswertung aufgedeckt, bei der Hinweise auf unnatürliche Knochen entdeckt wurden. National Geographic war später gezwungen, zuzugeben, als es unter Druck geriet, dass das Fossil von Menschenhand geschaffen wurde. Zitat Ende. Palaeontologen behaupten, dass der Archäopteryx eine andere Übergangsform des Vogels entwickelt vom Dinosaurier ist, aber diese Theorie versagt gegen überwältigende Beweise des Gegenteils. Andere Arten wie Confuciosornis, Liaoningornis und Eowalulavis wurden alle als mit dem Archäopteryx gleichaltrig nachgewiesen und sind von heutigen Vögeln nicht zu unterscheiden. Alan Feduccia von der Universität von North Carolina und einer der führenden Ornithologen weltweit bestätigte, Zitat, ich habe 25 Jahre Vogelschädel studiert und ich sehe überhaupt keine Unterschiede. Ich sehe einfach keine. Meiner Meinung nach wird die Theropode Herkunft der Vögel die größte Blamage der Paläontologie des 20. Jahrhunderts sein. Zitat Ende. Der Paläo-Ornithologe Larry Martin von der Universität von Kansas sagt, Zitat, um die Wahrheit zu sagen, wenn ich die Herkunft der Vögel mit diesen Figuren erklären müsste, wäre ich jedes Mal verlegen, wenn ich unter die Leute treten und darüber sprechen müsste. Zitat Ende. Selbst wenn Dinosaurier sich zu Vögeln entwickelt hätten, um ihre Evolutionslücke zu füllen, erklärt das nicht, wie etwas wie die gemeine Stubenfliege sich entwickelt haben könnte. Fliegen bewegen ihre Vögel gleichzeitig 500 Mal in der Sekunde, selbst die kleinste Störung der Schwingung würde den Verlust ihres Gleichgewichts und Fall bewirken, aber dies ist nie passiert. Wie konnten sie solch eine unglaubliche und besondere Fähigkeit entwickeln? Warum wurden vor der evolutionistischen Renaissance in der Mitte des 19. Jahrhunderts nie Dinosaurier entdeckt? Warum denken Paläontologen, sie können eine ganze Art aus einigen wenigen Zähnen rekonstruieren? Warum stellten sich so viele Dinosaurier Entdeckungen als Schwindel heraus? Warum sind all die authentischen Dinosaurier Fossilien unter Verschluss und Zogen? Warum haben Erosion und Wettereinfluss all diese angeblichen Abdrücke und Fossilien, die angeblich Millionen Jahre alt sind, nicht zerstört? Wenn die Dinosaurier angeblich von einem Meteoreinschlag oder einer anderen weltweiten Katastrophe ausgelöscht wurden, wie kommt es, dass verschiedene andere Tierarten, die es heute gibt, nicht auch so ausgelöscht wurden? Es gibt viele weitere Fragen, die beantwortet werden müssen, bevor irgendjemand, der bei vollem Verstand ist, die Existenz von Dinosauriern für irgendetwas anderes als einen den Evolutionisten genehmen Mythos hält. Zitat Robin Die etablierte Paläontologie kann kontrollieren, welche Hypothesen durch Lehrbücher und Lehrpläne aufgestellt werden. Auf diese Weise werden Studenten durch eine Pseudorealität Hirn gewaschen, kontrolliert durch den Lernstoff und die Autorität des Lehrers. Ein kurzes praktisches Beispiel. Irgendein Zahnknochen ist an einer Ausgrabungsstätte gefunden worden und von diesem Zahnknochen wird der Rest des Skeletts erraten. Wir machen keine Scherze. Das ganze Feld der Dinosaurier-Paleontologie ist ein Schwindel. Und noch mal David Wozney zitierend Während des 19. Jahrhunderts wurde eine neue Weltideologie von damals einflussreichen Leuten wie Darwin und Marx beschritten. Während dieser theoretischen Phase wurden die ersten Dinosaurier-Entdeckungen gemacht. Wurden diese Entdeckungen gemacht, um zu versuchen, Unzulänglichkeiten in den fossilen Aufzeichnungen für die Evolutionstheorie zu verdecken? Die folgenden Punkte stellen die Glaubwürdigkeit der Dinosaurier-Industrie in Frage und erlauben die Frage, ob es Dinosaurier je gab. Erstens Dinosaurier-Entdeckungen geschahen nur zwischen den letzten beiden Jahrhunderten und in riesigen, unüblich zusammengefassten Mengen, die entgegen der Gesetze der Natur und der Wahrscheinlichkeit sind. Zweitens Dinosaurier-Entdecker waren typischerweise und allgemein keine desinteressierten Personen ohne eine eigennützige Absicht. Drittens die Art der Vorbereitung zur öffentlichen Ausstellung stellt die Glaubwürdigkeit und Quellen der Fossilien in Frage und Genehmigung für die Möglichkeiten der Fälschung und Ersetzung der Knochen und die Möglichkeiten von betrügerischen Machenschaften auf systematischer Basis. Fünftens sehr geringe Chancen, dass all diese Dinosaurier-Knochen versteinert sind, aber vergleichsweise wenige Knochen von anderen Tieren. Sechstens Auswirkungen der Dinosaurier-Entdeckungen auf die Evolutionstheorie und den Glauben, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Vermutung der möglichen versteckten und raffinierten politischen oder religiösen Ideologie, die bei einer naiven und gutgläubigen Öffentlichkeit angewendet wird und siebtens ein Mangel der Unterstützung von Organisationen und Menschen, die jede einzelne Entdeckung und Ausstellung skeptisch sehen oder infrage stellen. Es besteht die Möglichkeit, dass es lebendige Dinosaurier nie gegeben hat. Die Dinosaurier-Industrie sollte unter die Lupe genommen werden und ihr sollten Fragen gestellt werden. Mir ist nicht irgendein Beweis oder ein Grund zum uneingeschränkten Glauben bekannt, dass Dinosaurier je auf der Erde gelebt haben. Die Möglichkeit besteht, dass dieses Konzept der prähistorisch lebenden Dinosaurier eine Erfindung von Menschen des 19. und 20. Jahrhunderts ist, die möglicherweise eine evolutionäre und antibiblische und antichristliche Agenda verfolgen. Zu hinterfragen, was einem erzählt wird, ist stattdessen die bessere Wahl als blind der Dinosaurier-Geschichte zu glauben. O Timotheus, bewahre, was dir vertraut ist und meide die ungeistlichen, losen Geschwätze und das Gezänke der falschen, berühmten Kunst. Die Wahl zwischen dem Glauben an das Wort des Menschen, des Evolutionisten oder das Wort Gottes, die Bibel, ist eine Sache der Religion. Zitat Ende.